Ab Basel heißt es immer, ist der Rhein schiffbar. Was wir nicht wussten, dass erst mal eine Schleuse nach der anderen passiert werden muss. Ich glaube, es waren insgesamt neun bis Straßburg. Ein unendlich langweiliges Rauf und Runter in düsteren Becken mit vom Mosten Wänden. Jede Schleuserei dauert ungefähr eine halbe Stunde. Und was ich auch nicht wusste, wie sehr sich Deutsche und Franzosen hier unten um den Rhein zanken. Er wird erst mal gestaut, dann umgeleitet in diesen Kanal d'Alsass, der fließt auf französischem Boden. Und wird mit Industrieanlagen nur so zugekleistert. Der abgetrennte deutsche Rheinarm, erst nach rund 50 Kilometern, bei Breisach kommen beide wieder zusammen, wird forst- und landwirtschaftlich genutzt und fließt eher mickrig dahin. Wir können alles vom Deck des Schiffes aus sehen oder aus unseren geräumigen Kabinen mit Panoramafenster. Durchsagen durch Gongs angekündigt weisen auf Besonderheiten am Ufer hin. Nein, eben nicht durch Gongs. Der Gong geht gleich zu Beginn kaputt und bei jeder Durchsage melden sich die für die Unterhaltung an Bord zuständigen Crewmitglieder mit einem gesungenen Dreiklang. Ding-Dong-Dong, jetzt links gucken. Ding-Dong-Dong. Man weiß sich hier zu helfen. Wir werden ruhig. Ich werde sentimental. Sehe dem Fließen zu, das meinen Kummer über so vieles mit sich nimmt. Denke an Goethes schönes Gedicht an den Mond. Fließe, fließe, lieber Fluss, nimmer werd ich froh. So verrauschte Scherz und Kuss und die Treue so. Eine Schiffsreise nimmt uns aus der Hand, was wir besichtigen und sehen müssen. Wir sehen nur noch, was am Ufer ist oder was uns auf den relativ wenigen Landgängen gezeigt wird. Das Schiff fährt uns einfach nur auf dem Fluss spazieren, wiegt uns, beruhigt Herz und Geist. Eine Flussfahrt ist etwas ganz Wunderbares, Sanftes, Leises. Vom Ufer sind Frösche zu hören. Wir wissen, dass wir durch historisches Gelände fahren. Hier also schlug Cäsar seine Schlachten. Hier eroberten die Römer den Weg, den Rhein hinab in den Norden. Von hier aus unterwarfen sie sich alles Land bis Britannien für ein halbes Jahrtausend. Sie haben den Rhein nicht geliebt und verklärt angeguckt wie wir. Sie kamen schließlich nicht als Touristen. Sie nutzten ihn militärisch. Kolonien, Garnisonen, Städte entstanden. Straßburg, Mainz, Koblenz, Bonn, Köln, Nijmegen und Utrecht. Die Straße der Römerlager reichte von den Alpen zum Meer und weiter. Und erst als im vierten und fünften Jahrhundert die großen Völkerwanderungen begannen und die Germanen aus dem Osten vordrängten, die Alemannen aus dem Süden, als die Franken von Norden über den Rhein kamen, da wurde die römische Macht Stück für Stück gebrochen, abgebaut. Als letzte Stadt fiel 454 Köln. Adieu, ihr Römer. Heute überfallen wir euch als Touristen.